Hallo und herzlich willkommen meine lieben Skorpione zu eurer Septemberlegung. Ich bin wieder da. Ich kann halt auch mal ein bisschen lauter sein, weil meine Tochter nicht da ist. Ja, was soll ich sagen? Ich bin ein bisschen spät, das ist mir bewusst, deswegen liebe ich euch alle sehr, die meine Follower sind, weil die wissen, dass ich manchmal später dran bin, weil ich gern früher dran wäre, es aber nicht schaffe. Ja, dafür liebe ich euch wirklich sehr. Vielen Dank, dass ihr mir trotzdem dann folgt und nicht entfolgt, weil es sind wenige, die mir über Dauer entfolgen. Okay, ich hoffe natürlich, dass die Legung, lieber Skorpione, mit dir resoniert. Wenn nicht, bitte fringel dich da nicht rein, mach es nicht zu deiner Legung. Was möchte ich noch sagen? Vorab, ich gehe gleich ins Mischen. Es wird eine Neuner Legung für diesen Monat. Wenn du eine persönliche Kartenlegung möchtest, kannst du mich anschreiben. Das biete ich ja an. Und ansonsten biete ich systemisch-energetisches Coaching an. Wenn es dir nicht gut geht oder du körperlich irgendwelche Beschwerden hast, die du schon lange nicht losbekommst, kannst du das mit mir machen. Und ich biete noch ein körperliches Clearing an. Das ist wieder was anderes. Wenn dich das interessiert, schaue einfach in Instagram rein, dann kriegst du so ein bisschen einen Einblick oder du schreibst mich einfach an. Wenn es ein Beispiel gibt, bei was ich euch helfen könnte in der Legung, sowas gibt es manchmal, dann spreche ich das natürlich mal an. Liebes Universum. Boah, ich kriege Gänsehaut. Oh, bei euch kriege ich jetzt Gänsehaut extrem. Das ganze Körper. Keine Ahnung wieso, mir ist nicht kalt. Leider so wird der Kühlschrank ein bisschen laut, ich weiß. Ich möchte für meine Skorpione. Boah, ganz kalt. Ich weiß nicht, was es ist. Schauen wir mal in der Karten, ob ich irgendwas in der Aussage bekomme. War nicht meins. War nicht meins. Aber so als sollte ich nicht sprechen. Sobald ich anfange zu sprechen, kommt dieser Schauer, der nicht meiner ist. Was soll ich denn hier sagen? Was ist denn hier los, bitte? Was soll denn mein Skorpion wissen für den September? Was hilft meinem Skorpion? Ich mache das tatsächlich hier, dass ich manchen kann und helfe. Wessen Legung es halt nicht ist, tut mir leid. Tut mir leid. Da kommen, da zeigen sich schon die Mäuse. Verlust. Schauen wir mal, was eure Hauptenergie ist. Was ich mir hier sagen möchte. Unangenehm. Da sind die Mäuse. Okay. Unangenehm für mich. Für euch. Ich halte es aus. Eine gute Kartenlegerin hält es aus. Manchmal sage ich euch, nach dem Kartenlegen reinigt man sich dann doch ganz gerne, weil es schon manchmal so Energien sind, die nicht von einem selber waren. Das ist dann schon so, bleh. Gleich mal irgendwie danach reinigen. Okay. Hauptenergie ist, ohne jetzt zu viel zu sagen, ohne die anderen Karten zu sehen, ist der Park. Also hier, hier habt ihr euch irgendwie verschlossen oder es hat irgendwas Großes nicht stattgefunden, was ihr euch gewünscht habt. Ich drehe jetzt mal alles um. So. Ihr habt schon gemerkt, ich bin gefühlt nicht die positivste Kartenlegerin. Also ich bekomme immer so krasse Lernaspekte und so. Ja, manchmal Sachen, die einfach so, weiß ich nicht. Es gibt so Kartenlegerinnen, die kommen immer, ja, deine Liebe kommt und das Geld kommt und der Fluss kommt und bei mir kommt immer so, okay, das und das ist los. Daraus sollst du, da solltest du rausgehen, da solltest du reingehen. Das sind immer so, manchmal so unschöne Themen, aber irgendwie bin ich anscheinend dafür da. In der Vergangenheit sehe ich, das ist die Vergangenheitsreihe. Da sind wir im Jetzt. Jetzt ist jetzt gerade, wenn du siehst, egal wann du siehst. Vergangenheit ist bis gestern. Bis, ja, bis den Tag, bevor du es gesehen hast. So nehme ich das und die ganze Kartenlegerung, dass du das weißt, die geht schon noch in die erste Woche im Oktober ungefähr rein vom Gefühl. Und dann kommt die Zukunft. In der Vergangenheit haben wir eine Reise. Du hast hier was erlebt. Du hast hier, oder, wartet mal, da möchte ich eine Klärung. Ne, eben nicht. Wir haben das Schiff auf dem Kopf. Also du hast hier eine... Ist gerade ein großes Fragezeichen, lass dich mal so witzig noch klären. Da möchte ich jetzt nichts reininterpretieren, was nicht da ist. Wir schauen uns mal das jetzt an. Vielleicht wird es dann klarer. Jetzt, liebe Skorpion. Bist du in Bewegung, du hast Kontakt zu deinem Herzensmenschen, möchte ich nicht unbedingt sagen, aber du bleibst in Bewegung zu diesen Menschen. Du denkst noch und agierst noch in diese Richtung. Du hast dich aber verschlossen, du zeigst nicht mehr deinen wahren Kern und die Sicherheit ist nicht mehr da. Der Anker ist hier auf dem Kopf. Entweder ist die Sicherheit nicht mehr da oder ist es nicht mehr da, dass du weißt, ob beide dasselbe wollen. Vielleicht war es auch noch nie da. Aber ich glaube, es ist nicht mehr da. Das ist gerade jetzt. Trotzdem kannst du nicht raus aus dem Schlamassel. Ich bekomme sowas, das ist ähnlich wie bei den Krebsen. Die hatte ich gerade. Du gehst hier mit der ganzen Energie ins Alte, was eh in Anführungszeichen, ich sag's jetzt mal so, nicht scheiße war. Ich weiß ja nicht, was hier war. Aber das ist die schlimmste Energie, in die du reingehen kannst. Und du gehst freiwillig in die Energie aus der Vergangenheit, aus gestern wieder rein. Obwohl da, ihr lieben Skorpione, da ist nix. Was hier ist, ist, dass nix ist, weil die Mäuse sagen immer, alles was unter den Mäusen liegt, in der großen Legung, ist so, dass das gar nicht zustande kommt in den kommenden Monaten. Also alles, was dann hier so unten liegt, weiß ich schon als Kartenlegern, aha, liegt zwar da, wünscht sich die Person wahrscheinlich auch, kommt aber nicht zustande. So deutet man das. So, und die Mäuse an sich sagen einfach nichts, die sagen einfach, dass es dir schlecht geht, dass du vielleicht im Bett liegst, dass du heulst, das sind so die Mäuse, ja. Da bist du einfach total energielos und da gehst du wieder rein. Weil, das ist zwar in der Zukunft, aber das fühle ich schon auch im Jetzt, der Herzensmensch von dir, der hat sich schon umgedreht. Der hat sich schon umgedreht. Der geht da gar nicht so mehr wirklich drauf ein oder er ist noch greifbar, aber nicht so, wie du dir das wünschst und trotzdem bist du da noch. Trotzdem abhierst du noch in diese Richtung. Skopi und das ist was, woraus du dich auf jeden Fall lösen solltest. So fühlt sich das an. Das Alte ist, du hast dir was ganz anderes, das kam vorher schon, ich gehe jetzt auch damit. Du hast dir was ganz anderes gewünscht vom Gefühl her und von dem, wie die Schritte mit euch sind. Also hier geht es um die Liebe, weil hier der Herzensmensch liegt, sonst, ich habe noch andere Aspekte, die ich euch gleich sage. Du bist hier und du warst da mit diesen Menschen, ihr beide, obwohl du hier schon wusstest, ich will das ganz anders. Ich wünsche mir meine Reise, meine Reise soll nicht so ausschauen, sie soll jetzt nur bildlich so ausschauen. Und die soll so gehen und dann soll sie so gehen und so gehen und so gehen. Und eure Reise ist vielleicht so gegangen. Einfach nur so als ganz komisches Beispiel, weil ja, es ist alles anders gelaufen, als ihr euch das gewünscht habt, wie ihr das gefühlt habt. Trotzdem wart ihr in dieser Reise dabei. Und da ist die große Frage, wieso? Ihr wart euch selbst nicht treu. Ich sehe durch den Hund, ihr wart euch selbst nicht treu. Ihr habt euch selbst belogen, selbst sabotiert. Gut, es ist nicht der Fuchs, aber ja, ihr wart euch einfach selber nicht treu. Weil ihr den Menschen irgendwie so gut findet oder ich weiß nicht, wieso. Das kann ich jetzt schwer sagen. Auf jeden Fall hängt ihr da voll in der Vergangenheit, gerade hängt ihr voll in der Vergangenheit, zeigt aber auch nichts mehr von euch. Also es ist nicht so, dass ihr sagt, hey, stopp mal. Stopp mal, das bin ich. Das war scheiße, ich wünsche es mir so, gehst du mit oder nicht? Klar, keiner schafft es so, aber das kommt auch nicht. Also was kommt? In der Zukunft sehe ich, dass eine andere Frau eine Rolle spielt, ja, bei eurem Herzen des Menschen. Das ist nicht immer so klar, aber es ist hier ultra klar. Deswegen ist der Mensch von euch auch einem weggedreht. die, für die die Legung resoniert. Deswegen sage ich am Anfang, wenn du das am Anfang, was ich sage, schon nicht fühlst, dann ist es nicht deine Legung. Dann brauchst du jetzt auch keine Panik haben, dass dein Partner hier eine neue hat. Oder dein Ex-Partner. Es fühlt sich auch ein bisschen an wie Ex-Partner, die wir es kommen hören. Könnte auch schon Ex-Partner sein. Auf jeden Fall ist hier eine neue Frau. Eine neue Frau. Und das ist gefühlt leider auch eure Zukunft. Eure Zukunft ist die neue Frau von diesem Mann, den ihr liebt. Wenn ihr jetzt ein Mann seid, bitte dreht euch die Geschlechterrollen um. Dann ist eure Zukunft die neue Frau. Das sollte aber nicht eure Zukunft sein, sondern ihr selbst. Und da ist das kleine Glück sogar umgedreht. Ich sehe hier gar kein Glück. Und ich sehe, ihr wollt dieser Frau schreiben. Ihr wollt die Frau vielleicht warnen. Ihr wollt mit der Frau in Kontakt treten. Okay, lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Irgendwie schwingt da was in euch. Werdet ihr wahrscheinlich auch machen, weil es ist richtig rum. Vielleicht ist hier auch ein chronischer Fremdgänger am Werk, auf den ihr reingefallen seid. Keine Ahnung, könnte auch sein. Sowas gibt es natürlich auch immer mal wieder. Dann hinterfragt, warum war ich da? Was soll mir hier noch gezeigt werden? Womit bin ich hier noch in Resonanz gegangen? Oder, keine Ahnung, war ich einfach blind? Wieso war ich dann blind? Wenn du jetzt hier steckst, jetzt von mir auch weißt, da ist eine neue Frau. Und sich das dann auch jetzt zeigt, jetzt dann. Also lang dauert das nicht mehr, drei, vier Wochen, dass du das weißt. Und du bleibst da trotzdem. Läufst da trotzdem noch hinterher. Und möchtest trotzdem diesen Menschen haben, obwohl er bewusst zu dir sagt. Oder du es dann auf der Straße siehst, online. Er sich bewusst gegen dich entscheidet und führt eine andere Person. Und du kannst da nicht raus. Dann kannst du mir sehr gerne schreiben. Weil dann kann man mit so einer systemischen, energetischen Coaching einfach ausgedrückt gucken, warum gehst du da nicht raus. Gucken, warum manipulierst du dich selbst in so eine Selbstsabotage. Warum gerätst du da rein? Woher kommt es ursprünglich, um das zu lösen, damit du leichter wieder für dich gehen kannst. Vielleicht auch das erste Mal für dich gehen kannst. Lieber Skorpion, ich lasse es mal so stehen. Ich ziehe dir jetzt noch die drei Orakel-Decks, die ich habe. Einmal eine Göttin für dich. Ja, liebe Skorpion. Eine Göttin für den Skorpion. Was ist hier hilfreich zu wissen? Mitgefühl. Richte weder über dich selbst noch über andere und konzentriere dich auf die Liebe und das Licht in jedem. Okay. Buggelperspektive ein bisschen annehmen und sagen, okay, er hat seine Gründe, ich habe meine Gründe, sie hat ihre Gründe und deswegen ist keiner besser oder schlechter. Weil du bist ja auch freiwillig in dieser Situation gewesen bis jetzt oder bist ja immer noch freiwillig drin. Klar kenne ich die Energie, dass man das noch nicht so ganz versteht dahinter, aber ich glaube, viele, die Kartenlegen und anschauen, sind spirituell auch schon relativ weit. Man lässt es ja auch immer irgendwie mit sich machen. Man ist in so einer Schwingung von, man zieht es leider noch an und das, wenn einem bewusst wird, dann ist das schon viel. Vieles muss einfach nur bewusst werden. Ein Krafttier. Nein, das ist es noch nicht. Ein Krafttier für meine Skorpion. Zwei. Ich nehme sie. Die Spinne ist es, glaube ich, schon, oder? Ja. Spinne, verwirkliche deine Träume. Fünf und acht. Liebe und Altes. Das ist für mich die Fünf und die Acht. Spinne, verwirkliche deine Träume. Okay. Um überhaupt aus diesem Energieverlust rauszukommen, schau mal, was brauchst du? Was brauchst du? Was möchtest du? Was wünschst du dir? Um so einen klitzekleinen Fugten Freude vielleicht wieder zu bekommen. Vielleicht denkst du dir, ah, ich wollte schon so lange ein Bild malen. Seit zwei Jahren. Dann kauf dir alles. Geh einkaufen. Mach das bewusst, auch wenn du ein bisschen traurig bist. Dir wird es danach besser gehen. Ameisezeit, um zusammenzuarbeiten. Du hast extrem hier den Faktor von mit. Mit wem sollst du hier zusammenarbeiten, ist die Frage mit. Hier die Karte spricht von Mitgefühl. Mit allen zusammenzuarbeiten. Mit zwei zieht es mich von der Energie her zu dieser anderen Frau. Und dieser, dass du hier eine Nachricht schicken willst, lasse ich jetzt mal so stehen. Also das war deine Legung. Ich hoffe, es hat dir was geholfen. Deswegen mache ich die Legung. Das ist mir das Wichtigste. Und ansonsten bis nächsten Monat. Mach's gut. Ciao. Ciao.